Wir sind natürlich sehr froh, sehr zufrieden über unser Ergebnis, also gerade auch, weil wir in Freiburg sehr gut abgeschnitten haben. Das ist ja nicht so ein leichtes Pflaster für uns, also mit einer starken grünen Hochburg hier. Und da sind wir jetzt also doch deutlich positiv überrascht und ich denke, unser Einsatz hat sich bezahlt gemacht. Was uns natürlich zugute gekommen ist, ist überhaupt das Thema Europa, das ja auch die Euro-Problematik auch einen besonderen starken Eindruck hinterlässt. Das ist natürlich uns zugute gekommen, dass wir hier besondere Akzente setzen konnten, was nochmal dazu beigetragen hat, dass sich einfach Leute nochmal intensiv mit der Frage Euro und Europa auseinandergesetzt haben und zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir hier doch eine ganz vernünftige Positionen vertreten, die auch wählbar sind.